WAAAHHHHH WAAAHHHHH HAHAHAHA Morgen Jungs! SCP Containment Breach Leute! Was machen wir da? Snapseed Was machen wir da? Blabla? Nein, das war langweilig Total Keine Ahnung SCP 173 Forever Mal gucken was dann abgeht Hoffentlich kommt es da nicht mehr Es ist immer wenn ich spiele Kommt es ZUFALL? ZUFALL? Traces of Cologne Brand Laufstrecke passt und alles Es geht ab Indro haben wir übersprungen Ja Glück gehabt Der Maus ist überempfindlich Ist noch vom Penumbra so eingestellt Du hast gar nicht gesagt Du hast gar nicht gesagt Gut das ist die auch mal passiert SCP 173 forever Ja Das sieht es nochmal Okay wir machen einen anderen Map Seed Wir lesen gar nicht den Cause of Death Ja das ist immer Ja das ist immer Serbian Fracture bei SCP 173 Mal gucken wohin er uns führt Den müssen wir auch mal wieder finden Haben wir ja gesehen Da bin ich ein weil da so Du hattest doch keine Keycard oder? Ja eben Doch ich hatte aber das bringt ja nichts mehr mit den Als wir den gesehen haben schon die Keycard? Glaub schon ja Aber man braucht ja eine Elektrikloch Ich hatte zweimal vorhin eine blaue Keycard Omni Mal sehen ob das jetzt auch schaffe Ah bestimmt Keycard Ich hab Contained Junge Ich bin Contained Unterzühlfenname meiner llbein Ach komm du Das ist eine Quicard liegt nicht aber an der just so Äh Aber einfach unke Kiesel Fuck ich hab voll eins Tür zu Tür ist zu immer geradeaus ja dann halt in die richtung geradeaus sind ja vermutlich recht jungen bereiche hallo 2 das sind die tüler war noch zu ja ach du ach du ne ne jetzt geht es nicht geradeaus doch doch klar Ja, äh, es ist gefährlich, den Rücken eben reinzugehen, geradeaus, bis jetzt funktioniert es ganz gut. 940 brauchen wir jetzt aber, ich glaube 940 ist da. Wir schauen einfach immer in alle Türen, aber versuchen immer geradeaus zu besitzen. Ja, klar ist 940, 1-100. Du läufst dann wieder im Kreis, wenn du nicht ganz so geradeaus laufst. Bis jetzt laufe ich immer nur geradeaus. Ne, du bist jetzt schon müde. Ah, ok. Wir sind im nächsten Zoo. Der Bereich hier ist ganz gut. Entschuldigung, wenn wir in die nächste Zone wollen. Aber da kommen wir in mehreren Stellen. Ne, da kommen wir her. Ich weiß nicht, ich glaube es gibt eine Einzug in die Zone, oder? Da kommen wir doch her. Nein, da habe ich nur rangeguckt. In dem sind wir nicht vorbeigelaufen. Bis jetzt. Gänge, ey. Das Glück, dass ich drin bin. Kann aber auch ein toten Winx sein. Aber dann würde ich mir nicht ansehen. Should I risk it? Ja. Das ist blöd, dass ich hier an der Stelle bin. Oh gut, jetzt müssen wir da nur einen Raum zurück eben. Und dann diese andere Zone da. Ja. Level 1 Level 2. Schaut ganz gut schon. So. Einmal, zweimal, dreimal. Ja. Wenn die Keycard nicht anzuhören. Die Level 1 Keycard bringt gar nichts, oder? Du kannst sowieso eine Level 2 Keycard machen. Ja, aber das geht ja nicht. Und die dann auch. Dann haben wir zwei Versuche dann. Ja, okay. Dafür ist es vielleicht lieber dann. Du brauchst auf jeden Fall eine Level 2, um da hinzufügen. Redundanzzwecke. Ja. Dann auch wieder dieses Strange Bottle. Wir sind das jetzt mal nicht dazu gekommen, die auszuprobieren. Also Level 2. Wir können die ja nehmen, wenn wir an Gate B sind, oder so. Aber das ist dann unser individuelles Alternativ. Ich glaube nicht, dass man stirbt, sondern dass zum Beispiel die Gesicht, die wir dann so auf unbestimmte Zeit blurry. Blurry. Na gut. Ja. Next try. Also zuerst nur Fine. Aber dann gibt es ja auch eine Realität. Nein, du machst einfach Very Fine, oder? Mit der Level 1. Wir haben doch herausgefunden, dass es bei Fine immer auch passieren kann. Mit der Level 1. Mach Very Fine. Ich habe es vorhin auch mit Level 1 gemacht. Ja? Ja. Ich habe das Ding genommen. Vorhin beide. Weil das ist ja logisch, wenn das die Schlechtere wurde. Oder du verfeuerst. Na gut. Ich glaube ja. Vielleicht ist bei der 1 so, dass es nicht geht. Ich werde kaputt. Kaputt machen. Wir müssen mal eine Statistik erstellen. Ich bin ganz schnell unterwegs. Ab geht da. Ich möchte mal einen Ring haben und damit alle runter gehen. Aber diese beiden, den Raum, den 2 SCPs, 714 und 1025 sind wir. Ewig immer, ja. Ich habe in dieser Version noch nicht gesehen. Oder hat er abgeschafft. Das wäre sehr klar. SCP schafft sich selber ab. Achtung, da kann der Doppelmensch da stehen. Plötzlich auftauchen. Oder hier. Computer sagt nein. Guckt trotzdem, ja. Das ist ja nicht. Was? Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Ja. Du musst drücken. Sie sind so bei uns. Schmerzen. Ach. Ich bin so bei mir. Geh weiter, mach die nächste Stufe zu, um mich abzuhängen. Ah, die ist noch da. Müssen wir noch eine? Aber was sind wir denn? Also wenn wir rausgehen, ist er weg. Ja, dann ist er auch weg. Ah, da kommt er nicht rein. Doch, hier kommt überall rein. Ach scheiße, jetzt habe ich nichts gemacht. Das war doch fast. Ja, ich dachte auch. Jetzt ist er da drin. Das wäre so böse. Aber eine gute Idee eigentlich. Ja, Mann, in Gebieten im Gast. Luca, was ist los? Ich bin ein Vampir. Ja. Du machst es gerade im Internet lächerlich. Das möchte ich an der Stelle nur kurz sagen. Das war jetzt merkwürdig. Wir sollten doch wieder safen, oder? Nein, wir safen nicht. Wieso nicht? So erreichst du nie Gate B. Gate A erreichst du so, aber Gate B? Haben wir uns nicht geeinigt? Wie geht das Ganze nicht? Ich bin glücklich.